Die Klasse ist 81 Kilogramm in der blauen Ecke vom Boxrechtessen. In der roten Ecke Vitali Kreider und in der blauen Ecke vom Boxrecht haben Elvis Lettingen. Ring frei Runde 1. Ring frei Runde 1. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Baut! Das ist der Juni! Dann kommen wir mal an, schön, schön! Der Hände hoch konzentrieren. Und die Tür! Start, start! Start! Okay, gut. Ist doch ein Dach, oder? War das nicht besonders? Das ist wichtig, das ist wichtig. Gut, du bist nicht zu spiel! Gut, du bist nicht zu spiel! Warte! Wenn du, wenn du bist, dann gehen wir mal zu. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff! Elvis Egebi vom Märkischen Boxring haben der Boxer in der blauen Ecke. Elvis bestritt bisher 52 Kämpfe, von denen er 40 gewinnen konnte. Er ist Lehrfacher Westfalenmeister und Meister des Landes Nordrhein-Westfalen. In der blauen Ecke vom Märkischen Boxring haben Elvis Egebi. Ringfrei Runde 3. Ringfrei Runde 3. Ringfrei Runde 3. Runde 3. Ja, runter. Wollen wir die Bremse? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Çok çok çok. Evet. 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 Für den nächsten Kampf bitte fertig machen. Für Frankfurt Slava Kervas und für Herrn Cian Cali. Und jeder sehr glücklich den Stand des Inhalts sehr geliefert. Siegernattpunkte EBCP Han.